Ein Stabilizer kann helfen, schöne, ruhige Kamerafahrten zu bekommen. Ich habe mich für meinen Einstieg in die Stabilizer-Welt für den Newer 68cm Stabilizer entschieden. Jener kommt in einem großen Karton seit großer Tasche daher. Im Inneren findet ihr eine CD mit einem Hilfe-Video. Falls ihr, wie ich, etwas überfordert seid, gar keine schlechte Idee. Bevor es losgeht, ist allerdings eine Sache wichtig zu wissen. Den Stabilizer bedienen zu lernen ist kein 5 Minuten Ding. Vielleicht nicht mal ein 60 Minuten Ding. Hierfür braucht ihr Zeit und Geduld. Ich habe mir noch eine Schnellspannplatte für die Schnellspannplatte auf der Oberseite gekauft. So kann ich meine Kamera bequem vom Stativ auf den Stabilizer wechseln. Das hilft dabei, dass man nicht jedes Mal die Klappe aufschrauben, die Kamera anbringen und die Klappe wieder zuschrauben muss. Wenn ihr euch einen Schnellspannadapter kauft, dann achtet darauf, dass sich die Platte von eurem Stativ und dem Schnellspannadapter gleichen. Vor jedem Shot muss der Stabilizer neu eingestellt werden. Bevor ihr das macht, solltet ihr euch genau überlegen, was auf eure Kamera drauf kommt und was ihr braucht. Jede kleine Ungenauigkeit, beispielsweise ein fehlender Akku, macht einen Unterschied. Und es wäre doch schade, wenn man den Stabilizer eingerichtet hat und dann wegen dem Akku gerade wieder von vorne anfangen darf. Bei meiner GH4 muss ich erstmal ein paar Bodenplatten entfernen. Den Hals fahre ich etwas aus. Im nächsten Schritt wird der Kopf noch etwas justiert und schon kann der Shoot losgehen. 3 Die Tragetasche ist ganz praktisch, wenn man den Stabilizer mal an einem anderen Ort verwenden möchte. Erfreulicherweise ist das gesamte Paket sehr leicht, so dass es wirklich gut zu transportieren ist. Vom Kauf bis zur perfekten Szene hin wird etwas Zeit vergehen, aber das Experimentieren bringt viel Spaß, jedenfalls mir. Beide Daumen hoch. Einen extra Daumen gibt es sogar für den Preis. Knapp 100 Euro sind eigentlich unschlagbar. Bei der Konkurrenz geht das Gesamtpaket bei 500 Euro los. Unser nächstes Newer Gadget ist ein 7 Zoll Monitor. Jahrelang habe ich mich immer am Anfang meiner Videos auf eine Couch gesetzt und dann erstmal den Kopf gereckt, um zu sehen, ob ich wirklich im Bild bin. Auch wenn man die Bildschirme meiner Kameras stets umdrehen konnte, wirklich viel erkennen konnte man auf 3 Zoll und ein paar Metern nicht mehr. Das sieht schon ganz anders aus, wenn man aus der Ferne auf 7 Zoll blickt. In der OVP des Newer DC70 steckt ein HDMI-To-Mini-HDMI-Kabel sowie ein kleines Handbuch in chinesisch und englisch. Darüber hinaus legt Newer noch eine Stofftragetasche bei. Der Sonnenschutz ist direkt auf dem Gerät installiert. Einen Akku oder ein Netzteil sucht man vergebens. Wer also direkt mit dem DC70 starten möchte, muss unbedingt, wenn nicht schon vorhanden, eine Stromversorgung dazu ordern. Setzt man beispielsweise einen Sony NP-F970 in das Akkufach, startet der LCD nach kurzer Denkpause und ist zugleich einsatzbereit. Auf meinem Gerät ist die Firmware-Version 1.2 installiert. Die Front wird von einem 7 Zoll Display eingenommen. Auf dem Sonnenschirm prangt ein großes Newer Logo. Öffnet man den Sonnenschirm, springen automatisch die beiden Seitenteile auf. Diese lassen sich aber sehr einfach wieder einklappen, wenn man den Bildschirm abbauen möchte. An jeder Seite des Gerätes gibt es eine Einlassung für eine 1,4er Schraube. Allerdings kann der mitgelieferte Adapter aufgrund des zweiten Stabes nur auf der Unterseite benutzt werden. Die anderen drei Ports kommen ohne eine zweite Aussparung daher. Auf der rechten Seite befindet sich zum einen der Menübutton samt Scrollrad sowie der Mini-USB-Eingang für Feinware-Updates. An jener Seite ganz oben befindet sich der Power-Button sowie eine Status-LED. Die linke Seite beherbergt noch den Audio-Ausgang sowie den AV-In-Port. Auf der Rückseite wird der Akku oder das Netzteil eingesteckt. Es ist also ein Netz sowie Batteriebetrieb möglich. Über HDMI-In kann der Nutzer den Bildschirm mit dem Signal der Kamera versorgen, während über HDMI-Out das Bild an einen dritten Bildschirm weitergegeben werden kann. Newer gibt an, dass man drei verschiedene Akkutypen mit dem DC-70 verwenden kann. Die Modelle FM500H, QM710 und QM910 dürften mit dem Bildschirm laufen. Alles, was ihr für eine Verbindung braucht, ist ein HDMI-Port an eurer Kamera. Über jenen verfügen eigentlich so ziemlich alle Modelle. Meine D5100 hat einen, die GH4 auch. Aber Achtung! Kontrolliert auf jeden Fall, ob ein HDMI-Ausgang vorhanden ist. Beispielsweise meine Sony QX100 und die ARX-Modelle gehen leer aus. Zwar liegt dem DC-70 ein HDMI-Kabel bei, die meisten Kameras verfügen allerdings über einen Micro-HDMI statt Mini-HDMI-Port. Solltet ihr kein solches Kabel zu Hause haben, legt am besten direkt eins in den Warenkorb. Ich nutze die Baxter Pro Energy Akkus mit 7800mAh mit dem Newer DC-70. Die müssen zwar einmal leer fast 24 Stunden aufgeladen werden, dafür halten sie im LCD ewig. Und wenn ich ewig sage, meine ich ewig. Über drei Stunden Daueraufnahmen waren kein Problem. Aber Achtung! Die Pro Energy Akkus sind aufgrund ihrer Kapazität ordentlich schwer, weswegen ich dazu raten würde, einen sehr stabilen Kameraschuhadapter zu kaufen. Nicht, dass euch der Bildschirm von der Kamera fällt. Obwohl billige Bildschirme gerne mit etwas Display-Bleading daherkommen, ist beim DC-70 kein solches festzustellen. Der Screen ist gleichmäßig beleuchtet, so dass man sich bei der Bildabnahme nicht an unschönen Farbstörungen aufhalten muss. Auf die Ferne lässt sich dank dem großen Bildschirm deutlich besser abschätzen, ob man wirklich im Frame ist oder eben nicht. Erfreulicherweise ist der Bildschirm auch recht stabil. Einmal ist er schon auf dem Boden gekracht, ohne dass etwas kaputt gegangen ist. Mit dem Newer DC-70 7 Zoll Bildschirm verschafft man sich für einen schmalen Thaler eine gute Übersicht über die Produktion und kann für klare Verhältnisse im Video sorgen. Wer vor allem ein Bildschirm für die größere Live-Vorschau während einer Produktion sucht, ist beim Newer DC-70 genau richtig. Aktuell ist er für 135,99€ auf Amazon verfügbar. Ihr möchtet euch einen Kamera-Rig bauen? Dafür schauen wir uns jetzt mal das Newer Filmmaker Set an. Newer typisch umschließt die Verpackung im Inneren eine graue Tüte. In der kompakten OVP befinden sich alle wichtigen Teile für das Filmmaker Set. Dazu gehört zum einen das Hauptstück für die Kamera, genannt Kamera-Plattform. Auch das Handstück ist bereits zu einem großen Teil zusammengeschraubt. Zusammengeführt werden müssen noch die Verbindungsstücke sowie das Shoulder Pad. Damit es losgehen kann, müssen alle Teile zusammengeführt werden. Hierfür legt Newer eine Skizze bei, wie das Gerät am Ende auszusehen hat. Wir fangen bei den Handles an und bringen die Kamera-Plattform an. Nicht vergessen, Schrauben wieder festdrehen. Bei den Verbindungsstücken werden nun die Enden aufgeschraubt, das andere Ende zieht man hingegen feste. Nun wird die Kamera-Plattform eingesteckt. Hier sollten natürlich auch die Schrauben sehr festgezogen werden. Dies gilt für die Rubber-Plugs sowie für die Spannungsschrauben. Das Filmmaker System wird durch die Railrods verlängert. Diese werden über die Rod-Connector verbunden. Das klappt auf Anhieb und die Verbindungsstücke sind zwar fest, lassen sich aber wieder problemlos abbauen. Als letztes folgt das Shoulder Pad, an dessen Ende auch wieder die Rubber-Plugs eingeschraubt werden. Ist alles richtig verschraubt, schließt das Shoulder Pad an beiden Enden gleichermaßen ab. Das Filmmaker System kommt mit einer Schnellspannplatte auf der Oberseite daher. Diese lässt sich leicht festziehen und auch wieder lösen. Die Kamera-Plattform kann auch auf einem Stativ aufgeschraubt und somit vielseitig eingesetzt werden. Die Plattform ist zu einem gewissen Level höhenverstellbar, kann aber nicht geneigt werden. Mithilfe der Schnellspannplatte lässt sich die Kamera prima auf dem Filmmaker System fixieren. Man sollte aber auf jeden Fall immer zwei Cent dabei haben, um die Kamera auf der Schnellspannplatte wirklich festzuziehen. Standardmäßig sind zwei Schrauben verbaut. Da ich für die größere keine Verwendung habe, ist diese bei mir abgeschraubt. Zusammengesetzt und auf den Schultern fühlt sich das Newer Filmmaker System sehr leicht an. Auch nach etwa 30 Minuten im Einsatz sehnt man sich somit nicht nach dem Ende des Drehs. Einzig die Griffe werden mit der Zeit etwas spitzig. Zu keiner Zeit hatte ich das Gefühl, dass die Kamera vom Filmmaker System herunterfallen könnte. Newer Produkte sind generell sehr günstig, aber keinesfalls von schlechter Qualität, so auch das Filmmaker System. Richtig verschraubt hält das System fest zusammen und der Drehspaß kann losgehen. Wer den Follow Focus vermisst, kann diesen für 70 Euro auf Amazon nachkaufen. Das Newer Filmmaker System ist aktuell für 85 Euro verfügbar. Eigentlich bin ich nicht so der Mensch, der direkt in die Kamera redet. Dafür habe ich Voice-Overs. Meine Videos werden alle davon begleitet. Letztes Jahr kam ich allerdings nicht drum herum, wirklich mal in die Kamera zu sprechen. Dabei gefiel mir das Licht in meinem Gesicht überhaupt nicht. Damit es nicht mehr zu unschönen Schatten kommt, habe ich mir das Ringlicht von Newer angeschaut. Geliefert wird die Ringleuchte in einem großen Karton, samt Karton im Inneren. In jerem befindet sich die Tragetasche, mit der man das Ringlicht umher tragen kann. Das Ringlicht ist sehr einfach zu bedienen. Einfach den Schalter von OFF auf ON drehen, schon erleuchtet der 14 Zoll Leuchtkörper. Die Lampe leuchtet mit 5500K und 75 Watt. Im Inneren des Ringes kann man einen Kugelkopf anbringen, jedenfalls wenn man den richtigen daheim liegen hat. Nutzt ihr diese Vorrichtung, spart ihr ein Stativ. Das Ringlicht kennt genau zwei Einstellungen, ein und aus. Wer lieber etwas flexibler ist mit der Helligkeit, greift zur dimmbaren Variante, die allerdings 15 Euro mehr kostet. Im Video sorgt die Lampe für ein helles Licht, das ohne nervigen Schatten auskommt. Schauen wir uns doch mal die Anfangsszene ohne Ringlicht an. Den Effekt vom Ringlicht habt ihr direkt am Anfang gesehen. Der ISO ist jetzt auf 3200, damit man überhaupt was sieht. Und eben hatten wir ein richtig helles Bild. Aber schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an, zum Beispiel bei einem Vlog über eine neue Druckertechnik. Schließlich wollten dann Weihnachtskarten gedruckt werden und was war? Mein Drucker komplett leer. Es gab somit keine Weihnachtskarten und auch keine Neujahrskarten. Okay, das dunkle Bild reicht. Machen wir es ein bisschen heller und dann legen wir auch schon los. Na, wer von euch wollte schon was wirklich wichtiges drucken und dann war die Kassette einfach leer? Du? Du auch? Ja, ich auch. Letztes Jahr im Juli hat sich mein Drucker gemeint und hat gesagt, du Tim, ich bin bald leer. Was habe ich gemacht? Ich habe es ignoriert und zwar bis Dezember. Das hatte zur Folge, dass es weder Weihnachts noch Silvester Neujahrskarten gab. Euer Bild wird also aufgehellt. Allerdings sollte man sich überlegen, wie weit das Licht vom Darsteller entfernt steht, um eventuelle Überbelichtung und natürlich auch Blendung des Darstellers zu verhindern. Das New Year Ringlicht ist eine sehr günstige Ringleuchte. Mit knapp 75 Euro könnt ihr euer Product Value in der Produktion erheblich verbessern. Persönlich würde ich allerdings zur dimmbaren Variante greifen.